Ich sag mal so, wir gehen jetzt ganz spontan auf den Drachenberg, a.k.a. Teufelsberg, a.k.a. es ist doch gar nicht so warm, wie es aussah, a.k.a. wir fahren da zum Roller hin, a.k.a. wir schauen, wie lange wir es da aushalten, a.k.a. ich freu mich. So, ich muss zugeben, ich war auf der Couch, hab die ganze Zeit Sido-Stream geschaut, hab aber dann gesehen, dass die wunderschöne Sonne scheint und dachte, ey, bevor man den ganzen Tag zu Hause mit irgendwelchen Dingen verblemmert, wie Wäsche machen und so ein Scheiß, gehen wir eine Stunde raus. Der Weg da hoch ist gar nicht so geil. Den Weg hab ich mich gar nicht mehr so erinnert. Ist ja auch schon ein Jahr wieder her. Hier geh mal hoch, um dann schön oben bisschen abzuhängen auf den Drachenberg, a.k.a. Teufelsberg, a.k.a. bisschen Sonne organisieren, a.k.a. Deckschen dabei, a.k.a. ich häschel, obwohl ich noch gar nicht laufen musste, a.k.a. warum hab ich diesen Weg vergessen. Alter, Vater. Eigentlich muss ich ja gar nicht so schnaufen und häscheln. Ich mach das nur, damit es so rüberkommt, als wäre es anstrengend. Ich sag mal so, nee, das ist nicht steil, du. Guten Blick über Berlin. Hier, Teufelsberg Berlin. Googeln, wenn du noch nicht da war und aus Berlin ist, hingehen. Mega vorlich. Was passiert denn hier jetzt? Tegaschen. Wunderschönen guten Tag, DJ Eule. Und vielen, vielen Dank für dein Rate, Alter. Wir warten uns hier auf Maric. Hier. Maric kommt angelaufen. Taktaktakt. Ich zeig euch das Stadion vom nächsten deutschen Meister. Kann man suchen? Ja, ja. Seht ihr das Prachtstadion? Hallo, ich bin der Bartscherer. Na klar. Was macht er da hinten? Er tanzt erst mal. Kennst du Waldbaden? Machen auch viele Leute. So, das ist jetzt der Runterweg. Der Runterweg ist auf jeden Fall, ey, das sieht gar nicht so steil aus. Auch vorhin beim Hochweg. Sagt es durch die Kamera nicht so steil aus. Aber, sagen wir mal, Mario, ist schon steil, oder? Na ja, auf jeden Fall. Also, man läuft hier auf jeden Fall so electric boogie-mäßig runter. Zack, zack. Wenn jemand in Berlin noch so Aussichtsplätze hat, gibt es, glaube ich, nicht viel. Aber schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das wäre voll super. Also, für Verabschiedung ist es eigentlich, aber wir beamen nochmal schnell nach oben. Weil Mario hat dort schon ein Outro gedreht. Zurück in die Zukunft mäßig. Ja, macht's gut, Leute. Bleibt lieb, bleibt gesund. Man sieht sich hier auf dem Kanal. Hier, Glocke, hier oder da. Und abonnieren nicht vergessen. Sollen die auch kommentieren? Kommentieren auf jeden Fall nicht vergessen. Würdest du dich auch freuen, oder nicht? Ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr schön fleißig kommentiert und ein bisschen Feedback gebt. Wenn du miedoBook trot hast. Und bei uns dash Johann Brüße gel firm.